und auch noch geschafft ja ich bin so knüffig hey jetzt haben wir jetzt zehnmal wieder aus dem portal gekickt ja schön ne das ist manchmal nervig noch nicht warum das kommt schön 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 mal wieder tag machen kommt gerade was angerannt bei mir ach so ja gut ich wollte jetzt sowieso in die hölle gehen meinem kurz soll sind oder springt er gegen er gesagt ganz dagegen das portal das etwas hast du bist ein ananas ich wusste noch nicht dass du ein ananas bist ach ja irgendwas habe ich mir falsch gemacht da ist das weiß ich nicht ich trink mir so eine suppe von dir die hat auch okay die hält auch nur anderthalb minuten ja aber was mehr davon ja klar natürlich schon neu ist aber erst mal wieder alles groß und wenn ich mir doch so ein werkzeug was ganz viel hast hat also ganz viel witz dann drauf und dann machst du das noch aber jetzt noch mal ganz von vorn die beiden und rein wirklich sicher und die sicher jetzt mal bist du hundertprozentig sicher möchtest du vielleicht einfach b wählen oder so zwei graue und die zwei grauen oh mein gott mein gott bist du behindert ich habe den jetpack nicht angeschaltet wir haben nur 46 46 tausend sand nur rot und grün fehlt noch grün fehlt noch grün fehlt noch das war dieses level mit da das war ein das ah jetzt endlich jetzt habe ich die erzbüme ja ich bin ein arsch ich bin ein arsch ganz vielen arsch oder nur mit errrrrs dass man auch noch rollen kann ach so zack mein gott wie dumm bin ich eigentlich eh richtig dumm so 44 werden reichen ja auch ich schmeiß auch noch daneben super Wir haben einfach dreimal die Wand abgebaut. Das war's dann auch schon. Ach du Scheiße, ist ja gar nicht hoch. Close Zone haben wir immer noch nicht, ne? Ne. Waaay. Musst du selbst farben gehen. Ja, fick dich. Ja, dafür kann aber ich nix. Das liegt daran, dass wir immer nur pragmatisch für uns gefarmt haben. Nein. Gas, geh weg. Gas, geh weg. Die Auge scheiß. Dann da. Ich glaub hier, ne? Dafür Glimmering. Und zieht. Skelett, hau ab. Bitte, bitte lass mich einfach in Ruhe. Bitte, bitte lass mich in Ruhe. Ernsthaft, die hat eine Treppe gebaut. Boah, und ich mach diesen komischen Sand. Oh mein Gott. So, mich denn dann zieht der noch? Was ist denn da so viel? Da reingetan? Nehm los, Enya. Na ja, weiß ich grad nicht. Mach ich das so. Das hab ich jetzt noch noch. Lalalalalalalalalala. So. Jetzt hab ich ein paar von den Zits. Ah, meine Sachen. Ah, ich hab zumindest die wichtigsten Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gesäfft. Düt, 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 düt. Ach, natürlich, wir wechseln die. Oh nee, ich muss ja das mal schon machen. So. Das. Das. Dann. Das. Hallo Hundis. Hallo Spinnen. Okay. Haben wir dir auch. Was war das denn 8x8-Fater? Das ist das, ne? Könnte ich eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt mach ich schon mal wieder. Achso. Ich weiß auch nicht, toll, ich hab mal auf Numpad gedrückt, dann ging das Ding ja nicht an. Aha. Clever Flash, clever, clever, sehr clever. Nö. Ach, ich hab den Hover-Mode nicht an. Egal. Honey Druckweber. So. So. Ist das, so, so. Na gut. Jawohl. Jawohl. Jetzt gehen wir einfach mal da hin. Ich weiß, krieg gerade nur keinen Mane. Zack. Mal graben, hier immer. Schaulshend, Schaulshend. Schaulshend? Schaulshend. Ich brauche Schaulshend. Jeder Mensch braucht Schaulshend. Du brauchst Klochstein. Klochstein. Ach, das reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr Stacks. Noch mehr Stacks. Das hat nicht weh. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Ach, jetzt fresse. Nö. Doch. Ach, komm, wir machen uns zum Mana Pool einfach noch. Haben wir die Steine dafür. Ja. Boop, 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 boop. Oh. Oh, wie. Was ist das für ne rote Suppe hier? Haben wir den Eimer mit? Deine Oma. Ich bin in der Tomatensuppe mit, okay? Ja, mach mal. Okay. So, den dann auch mal in den Mana Pool schmeißen. Okay. So. Okay. Okay. Kann man ja machen, muss man aber nicht. Deine Oma? Klochstein. Boom. So. Ich weiß, man muss sich was essen, mal. Oh, im Realife habe ich schon wieder Hunger. Ja. Ich habe immer Hunger. Das weiß man noch mittlerweile. Ja, aber heute extrem irgendwie. Ja, hallo. Ich fahre auch gar nicht feiern oder so. Nee, warst du doch gar nicht. Nö, nö. Ich habe mich ausgeruht den ganzen Tag. Nein, bist du eine böse Wiss? Wir haben jetzt zwei Wiss? Haben wir. Oh, ich brenne. Ach, ist von dieser komischen Erde. Ja. Scheine aber freundlicher zu sein. Eine Rote, eine... Eine Grüne. Das sahen sehr freundlich, zumindest mir gegenüber aus. Irgendwie Lenni haben sie das letzte Mal angegriffen, glaube ich. Also wir haben genug Lava haben wir noch im See hier unten. Okay. Sehe ich gerade, ich bin gerade hier unten am rumfliegen. Das ist auch was, dass mein Jetpack hält. Guck mir. Ja, ja. Also runter. Ersten Ärzte sind hergestellt. Irgendwie zieht der es von außen nach innen. Ich hatte mich wohl gerade schon das Schwein hauen, aber das ist nur ein Pigman. Und? Da haben wir... Nö, natürlich nicht. So, da ist wieder Flash. Da ist er wieder. Da ist der hübsche Junge wieder da. Nee. Ich bin eine schöne Prinzessin. Ähm... Okay. Was ist denn für eine Reichweite überhaupt? Steht das da? Mann. Soll doch nicht die U-Kunde. Nee. Können wir gleich einen Blast-Fönnis machen. Blast-Fönnis. So, wo ist denn die jetzt? Weiß ich nicht, wo die ist. Nee, das war nicht die Generation, das war das hier. Eng!